In Lukas 11 kommen die Jünger zu Jesu und wollen, dass Jesus ihnen zeigt, wie man beten soll. Und zwar haben die Rabbiner zu der damaligen Zeit öfter Gebete geformt für ihre Jünger. Und wahrscheinlich hat Johannes der Täufer das auch getan. Und jetzt kommen die Jünger Jesu zu ihm und sie bitten das Gleiche. Und daraufhin lehrt Jesus ihnen das Vaterunser. Ich denke, die Jünger haben Jesus immer wieder beim Beten gesehen und sie wussten, dass es nicht nur einfach irgendwelche aufgesagte Worte waren, sondern dass Jesus wirklich eine Beziehung mit Gott hatte. Nun, wir finden das Vaterunser zweimal in den Evangelien. Einmal in der Bergpredigt und das zweite Mal, wo die Jünger spezifisch danach fragen. Und die beiden Gebete sind sehr, sehr ähnlich. Lasst uns heute Morgen Matthäus 6 aufschlagen und ab Vers 5 lesen. Matthäus 6, ab Vers 5. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gerne in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, schließ deine Tür zu und betest zu deinem Vater, der im Verborgenen ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, solltet ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer viele Worte willen. Darum solltet ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb solltet ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschiehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns unser tägliches Brot und vergib uns unseren Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun, Jesus, er zeigt seinen Jüngern, wie sie beten sollen und was sie dabei nicht machen sollen. Und er fängt mit einem Problem an, was man zu der damaligen Zeit öfter gesehen hat. Heutzutage, wenn jemand Aufmerksamkeit haben will, kauft man sich vielleicht besondere Markenkleidung, vielleicht ein besonderes Auto, besonderen Schmuck, vielleicht postet man etwas auf Instagram. Damals wurde auf die Verseher und auf die Schriftgeleiter hochgeguckt. Und die haben natürlich die Aufmerksamkeit in vollen Zügen genossen. Ich will nicht sagen, dass es alle waren, aber die meisten. Wir haben gelesen, Vers 5, da steht, du sollst dich sein wie die Heuchler. Und in diesem Fall errichtet es sich an die eben genannte Gruppe. Und Jesus hat eine ganze Strafrede gegen die Pharisäer und Schriftgelehrte in Matthäus 23. Er nennt sie siebenmal ihr Heuchler, ihr schriftgelehrten Pharisäer ihr Heuchler. Und sie haben immer wieder eine nicht vorhandene Heiligkeit vorgetäuscht. Ich wollte mich heute aber nicht auf die Heuchler konzentrieren, sondern auf das Gebet, welches Jesus den Jüngern weitergegeben hat. Eigentlich bräuchte mir viel mehr Zeit, um das Gebet genauer zu studieren. Aber ich versuche es heute mit Gottes Hilfe etwas zu verdeutlichen. Ich denke, die meisten von uns kennen das Vaterunser auswendig, vielleicht sogar in mehreren Sprachen. Das Vaterunser ist keine Liturgie, sondern ein Muster. Das Gebet ist auch kein Kindergebet, wie viele denken, weil es für Kinder nicht mehr eine Bedeutung hat, außer sie sind wiedergeboren. Das Vaterunser ist das Gebet für die Jünger Jesu. Und dieses Gebet sollte man auch nur beten, wenn man wirklich versteht, was man damit ausspricht und was es bedeutet. In Vers 7, da verbietet Jesus zu plappern wie die Heiden. Was damit auch gemeint ist, irgendwelche auswendig gelernten Gebete einfach so aufzusagen, ohne mit dem Herzen dahinter zu stehen. Nun, das Gebet ist sehr, sehr kurz, aber es hat wirklich sehr viel Stoff in sich und es besteht aus sechs Bitten. Die ersten drei Bitten, sie kreisen sich um die Herrlichkeit Gottes und die nächsten drei Bitten um unsere Nöte. Also die ersten drei beziehen sich auf Gott und die nächsten drei auf die menschlichen Bedürfnisse. Wir müssen auch die Reihenfolge beachten. Zuerst kommt Gott und danach der Mensch. In der zweiten Hälfte des Gebets handelt es sich auch um die drei wesentlichen Bedürfnisse der Menschen und um die drei Zeitformen. Die erste ist, bitte nach Brot. Das ist Gegenwart. Zweite ist, bitte um Vergebung. Vergebung, was in der Vergangenheit geschehen ist. Und die dritte Bitte ist, bitte um Hilfung bei der Versuchung. Und das bezieht sich auf die Zukunft. Versuchungen, die in der Zukunft kommen. Diese drei Bitten, sie lernen uns Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft Gott vollkommen anzuvertrauen. Dieses Gebet beschließt auch Gott in seiner ganzen Fülle. Wenn wir um Brot bitten, da richtet es sich an Gott, den Vater, den Schöpfer und Erhalter des Lebens. Wenn wir um Vergebung bitten, lenkt diese Bitte unsere Gedanken auf Gott, den Sohn Jesus Christus, der sein Leben für uns gegeben hat. Und wenn wir um Hilfe in künftigen Versuchungen bitten, lenkt es zu Gott, den Heiligen Geist, der uns stärkt. Und das Gebet fängt an mit, unser Vater, der du bist im Himmel. Jesus sagt nicht, mein Vater, sondern unser Vater. Das Interessante ist, in diesem Gebet finden wir nicht die Worte ich, mich oder mein. Stattdessen, was sehen wir? Wir, uns und unser. Gott gehört nicht nur einem Menschen. Gott ist die Grundlage für die Brüderlichkeit unter uns Christen. In Rom herrschte früher eine Sitte, in der die Feldherren nach dem Krieg in einem Triumphzug durch die Stadt zogen. Und zwar mit ihren Truppen, mit ihren eroberten Trophäen und den Gefangenen. Und einmal zog der römische Kaiser durch die Hauptstadt. Die Straßen waren vollgepackt mit Menschen. Die Legionäre, die passten auf, dass die Zuschauer nicht so weit auf die Straße gingen. An einer Stelle wurde eine Tribüne aufgestellt für die Kaiserin und für alle Familienangehörigen, damit sie diesen Durchzug besser beobachten konnten. Und als sich der Kaiser der Tribüne näherte, sprang sein jüngster Sohn von der Tribüne. Er schlängelte sich so zwischen den Menschenbeinen durch. Und als er kurz bevor er den Kaiser erreichte, packte ihn ein Legionär, nahm ihn auf den Arm und er sagte, Kleiner, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht einfach hinlaufen, es ist der Kaiser. Und der Junge antwortete darauf, für sie mag es der Kaiser sein, für mich ist es mein Vater. Und das gleiche empfinden wir auch Christen Gott gegenüber. Und Jesus lernt uns, Gott, unseren Vater zu nennen. Es gibt keine andere Religion, die ihren Gott als Vater nennt. Und diese Aussage, unser Vater, zeigt schon, dass nur wahre Christen dieses Gebet sprechen können. Weiter sagt er in Vers 9, Geheiligt werde dein Name. Nun, im griechischen Text steht hier für geheiligt ein Wort, das mit dem Adjektiv Hagios zusammenhängt. Es bedeutet, jemand oder etwas als heilig behandeln. Hagios bedeutet heilig, anders, verschieden und getrennt. Etwas, was Hagios ist, unterscheidet sich von anderen Dingen. Jemand, der Hagios ist, unterscheidet sich von anderen Menschen. Ein Tempel ist Hagios, weil er anders ist als alle übrigen Gebäuden. Der Tag Gottes ist Hagios, weil er anders ist als die übrigen Tage. Der Priester ist Hagios, weil er sich von den übrigen Menschen unterscheidet. Und mit dieser Bitte ist gemeint, lasst uns den Namen Gottes anders behandeln als alle übrigen Namen. Das dritte Gebot ist, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Was sollen wir stattdessen machen? Wir sollen ihn heiligen. Und im Hebräischen ist mit dem Namen nicht nur der Rufname gemeint, wie Matthäus, Jakobus, Paulus oder sonst noch, sondern die Natur, der Charakter und die Persönlichkeit eines Menschen. Deswegen wurde auch damals viel mehr auf die Bedeutung des Namens geachtet als heute. Das haben wir auch letzten Sonntag gehört. Und im Psalm 9, Vers 11 steht, Darum vertrauen auf dich, die deinen Namen kennen. Nun, damit ist nicht gemeint, dass wir wissen, dass Gott Jehova heißt, sondern wir wissen, wie Gott unser Wesen ist. Und Gottes Wesen ist heilig. Und sein Name soll geheiligt werden. Weiter in Vers 10 betet Jesus, Dein Reich komme. Was ist mit dem Reich gemeint? Jesus sprach in Lukas 13, Vers 28, von den in der Vergangenheit existierenden Reich Gottes, wo er davon spricht, dass Abraham, Isaac und Jakob im Reich Gottes sind. Zum anderen spricht er von dem gegenwärtigen Reich Gottes, Lukas 17, 21, Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und drittens spricht er von dem zukünftigen Reich, denn er betet ja, das Reich Gottes soll kommen. Das Reich Gottes und zu dem anderen, den Willen Gottes vollkommen zu tun. Jeder, der in allem den Willen Gottes tut, ist im Reich Gottes. Nun, weil aber die Welt weit davon entfernt ist, liegt die Verendung des Reiches Gottes in der Zukunft, wenn Jesus kommt. Nun, ich muss von mir sagen, dass ich mir nicht immer das Reich Gottes herbei wünsche. Ich bin jung, gesund, habe eine wunderbare Familie, habe keine Schmerzen, muss nicht hungern und ich darf das Leben genießen, das Gott mir gegeben hat. Ich denke, Christen, die gerade verfolgt werden oder die Leiden haben, die wünschen sich mit Sicherheit das Reich Gottes viel mehr herbei. Vielleicht liegt das auch daran, dass wir ein mangelndes Verständnis vom Himmel haben. Jesus erspricht immer wieder vom Himmel, auch Johannes gibt uns Eindrücke, aber trotzdem kann man sich das schwerst vorstellen, wie es einmal sein wird. Aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass wenn wir einmal im Himmel sind, da werden wir uns die Erde nicht wieder zurückwünschen. Zweite Hälfte in Vers 10 betet Jesus, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Nun, uns Gottes Willen komplett zu unterstellen, das fällt nicht immer so einfach. Wenn bei uns im Haus was kaputt geht, da rufen wir wahrscheinlich den Fachmann, oder? Ich meine, bei uns Russlandsdeutsche, vielleicht versuchen wir es erst einmal selber zu reparieren. Aber sagen wir mal, wir graben den Garten um und finden eine scharfe Bombe. Ich denke, da würden wir uns nicht selber dran trauen, wir würden einen Fachmann rufen. Und wenn wir dann den Fachmann rufen und mit ihm sprechen würde und er würde uns verschiedene Vorschläge geben, dann würden wir wahrscheinlich sagen, machen Sie, was Sie für am besten empfinden, Sie sind der Fachmann. Wir würden den Fachmann vollkommen vertrauen. Er weiß, was er macht. Er ist ein Profi. Und Gott ist der Fachmann für unser Leben. Er weiß, was für uns am besten ist. Und wir sollen uns seinem Willen komplett unterstellen. Nun, das Problem bei uns Menschen ist, dass wir oft denken, dass wir besser wissen als Gott. Wir sagen das vielleicht nicht, aber wir zeigen das mit unserem Handeln. Nun, weiter kommen wir zu den drei Bitten für die Menschen. Vers 11 ist, gib uns unser tägliches Brot. Und zu dieser Aussage gibt es sehr viele Auslegungen. Was ist mit Brot gemeint? Brot wird mit dem Abendmahl identifiziert. Brot ist geistliche Speise. Jesus nennt sich selbst als Brot. Und man hat auch das Reich Gottes als Brot gesehen. Aber hier geht es um das tägliche Brot. Nicht vor allzu langer Zeit wurde ein Papyrusfragment gefunden. Es war eine Einkaufsliste von einer Hausfrau aus dem Orient. Und es war eine Notiz, dass für den nächsten Tag Nahrungsmittel gekauft werden sollten. Und unter anderem stand das Wort Ephiosius. Das ist das gleiche Wort wie tägliches Brot. Und mit dieser Bitte im Gebet ist gemeint, dass Gott uns für heute und die nächsten Tage versorgt. Dass er uns das tägliche Brot gibt. Es geht um die Gegenwart. Es ist einfach eine schlichte Bitte, dass Gott uns nichts fehlen lässt, was für den täglichen Lebensunterhalt nötig ist. Was damit nicht gemeint ist, Gott schenkt mir genug Geld für meine Rente in 30 Jahren. In dieser Bitte geht es um die Gegenwart. Vers 12 Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Auch mit dieser Aussage ist hier nicht die Bekehrung gemeint. Das Gebet ist ja für die Jünger Jesu und für Christen und wir als Christen sind ja schon bekehrt. Aber wir leben in einer sündigen Welt und leider versündigen es immer wieder. Und wenn das geschieht, müssen wir um Vergebung bitten. Das Vaterunser sagt voraus, dass sie auch den Nächsten vergeben, der sich gegen uns versündigt hat. Wir sagen damit aus, Vater, vergib du mir, genauso wie ich auch allen Mitmenschen vergebe. Und wenn wir das ernstlich beten, da können wir niemandem mehr etwas nachtragen. Aber wenn wir jemandem etwas nachtragen, da können wir das Gebet auch nicht mehr ernstlich beten. Und die letzte Bitte sehen wir in Vers 13 und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. In der Kurs 1, Vers 13 steht, dass Gott niemand zum Bösen verführt. Aber er prüft uns Christen und er setzt uns den Angreifen Satans aus. Das sehen wir auch ganz deutlich in der Geschichte von hier. Die Bitte im Gebet drückt aus, die Gefahr der Sünde komplett zu vermeiden. Gott wird uns nicht mehr auferlegen, als wir tragen können, aber es ist trotzdem die richtige Haltung eines Christen, nicht in diese Lage kommen zu wollen. Nun, Jesus hat dieses Gebet den Jüngern weitergegeben. Natürlich dürfen wir es auch beten. Aber wir sollten immer wieder bewusst sein, wenn wir das beten, was beten wir eigentlich? Um mit dem Herzen dahinterstehen und das nicht einfach nur so runterzubabbeln. Wir beten noch zusammen. Wir beten noch noch einmal. Vielen Dank. Amen. Ja, ich danke dir auch für dieses Gebet, das du deinen Jüngern weitergegeben hast. Dass wir es haben dürfen, dass wir es jetzt auch immer noch beten dürfen, dass wir es als Muster gebrauchen können. Wir sehen, dass du unser Vater bist, dass wir dich ansprechen können, dass du das Beste für uns willst, dass wir unsere Nöte und Sorge dir anvertrauen können. Danke, Herr, dass wir dich auch verherrlichen dürfen, dass wir dich groß machen dürfen. Ja, ich bitte dir auch, dass du uns immer wieder vor Augen hältst, warum wir eigentlich beten. Beten wir, um vielleicht von Leuten gesehen zu werden? Oder beten wir, weil wir dich verherrlichen wollen? Weil wir dich groß machen wollen? Amen.